hallo und herzlich willkommen zu einem neuen display auf meinem kanal endlich sind wir so weit endlich spiele ich war white ich meine natürlich mental hospital nicht wundern ich habe diesmal kopfhörer auf zudem aber auch noch meine boxen hier an den kopfhörer angeschlossen somit hört ihr sound und ich mit den kopfhörern somit haben mehr grusel so wir wollen das spiel natürlich auf englisch haben schön wieder hier zu sein die demo hatte ich ja mit euch schon gespielt dann hatte ich ja white date durchgespielt und jetzt will ich eigentlich den letzten teil der mental hospital reihe durchspielen wir beginnen mal ein neues spiel der vorne zu ringen also wer tut mich jetzt zu spät noch anrufen ja die boxe sind an das kriege ich natürlich jetzt nicht mit so das kennen wir ja auch noch alles klar ach guck mal mental hospital 3 stimmt ja ich denke mal auch wir sind immer noch der gleiche typ wie aus den anderen teilen also wie aus dem dritten teil sieben tage übrigens wenn ich die qualität jetzt runter schalte von dem spiel dann sehen wir übrigens keine spiegelbilder mehr oder sonst so was sehen wir dann auch nicht mehr ich habe euch ich will das jetzt auch nicht zeigen weil wir wollen jetzt direkt mal los starten sprachausgabe ist immer noch nicht enthalten aber es ist ja auch nicht so schlimm ich muss jetzt schon sagen mit kopfhörern das ist doch was ganz anderes gerade so ich weiß nicht ob ich das weg geschnitten habe aber falls ich jetzt hier ein bisschen rumgejumpelt habe ich habe noch mal geguckt wegen den boxen ob man wirklich auch ton hört weil ich kriege jetzt mit dem kopfhörer alles nicht so mit was soll ich jetzt machen jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet zum pc genau diese animation hat man sonst auch nicht gesehen wenn ich jetzt die grafik unterscheiden will ok so ihr könnt das video natürlich auf stop drücken mädchen hospital hat mir den rest gegeben ach mädchen hospital white day natürlich so so liefse apartment machen war alles klar alles klar jetzt die störung besser glaube ich hier scheint nichts zu sein war die kamerasensibilität ich hatte glaube ich bis zu hoch geschaltet so jetzt habe ich hier noch eine einstellung gespielt ich habe jetzt mal wieder ein bisschen runter gedreht weil sonst ist mir das ist doch recht zu hoch jetzt hier reichen das ist übrigens komplett blind für mich ich habe jetzt überhaupt keine ahnung wo ich hier bin ok wo muss ich jetzt sind werde ich ja wieder nur zurückzuteleportiert oder nicht oder geht das jetzt scheiß war das laut run run schlüssel run gut Was ist denn hier? Steht nichts. Na komm. Schlüssel. Wir haben da oben eine Batterieanzeige. Das ist glaube ich nicht gut. Das heißt unsere Batterien können alle gehen. Ich glaube ich muss einfach nur zurück. Fuck. Fuck dick up. Mit Kopfhörer ist voller Abfuck alter. Das spiegelt mich doch killen alter. Ey die sind Kerzen. Unsere Puste kann alle gehen sogar. Oh. Der geht automatisch die Treppen runter. Ich denke ich hab da was gesehen alter. Ey das ist ein Computer ne. Ja. Kriegt da Informationen. Was jetzt auch. Ich hasse das Spiel jetzt schon. Irgendwas fehlt. Keine Ahnung was. Aber irgendwas wird fehlen. Oh. Da sind ja Türen. Die nicht aufgehen. Ich höre mal hier hoch. Das Spiel will mich doch verarschen alter. Was soll ich. Oh. Seht ihr die auch alter. Äh. Das ist mit Kopfhörern doch ein ganz anderes Gefühl. Das ist ja gar nicht mehr da. Vergessen. Ich will gar nicht wissen was es war. Oh. Ui. Bilder mit. Wo kann ich mir die anschauen jetzt. Geh mir mal ne Pause bitte. Ich seh nichts drin. Hier ist nichts. Warum krieg ich die Tür nicht auf. Was ist das denn. Da brauche ich ein Code für. Wo soll ich jetzt hier ein Code finden. Nach 50 Stunden habe ich rausgefunden wo der Code ist. Der ist nämlich. Wo war es jetzt nochmal. Notes. Äh. Pictures. Hier. Ich habe euch rausgefunden wie man sich die Bilder anschauen kann. Und ich habe jetzt auch rausgefunden wie der Code ist. 4152. 4152 war das glaube ich. Ja. Wow. Denn hier ist nicht多少. T hypertension, die網 тоже zusammenkämpart. Ansonsten macht mich. Rechts heißt. Du hast nicht nichts. Du hast großartig. und was hier jetzt für den computer kann ich da jetzt jetzt hier war eine tür jetzt kann ich sie eröffnen ich habe jetzt keine box zu lesen ist das spiel denn jetzt gespeichert worden wenn ja da würde ich nämlich die erste folge beenden weil ich gleich beenden muss vielen dank fürs zuschauen ja ja